Ja, kommen wir mal zu einem spannenden Thema, Europa League. Wir haben uns vorhin vom Podcast mal überlegt, über was wir quatschen können. Wir haben Champions League mal herangenommen und denke, interessant wäre aber, wer erreicht denn die Europa League? Weil momentan streiten sich einige Teams drum. Wir haben auf dem fünften Platz Union Berlin, dann geht es weiter mit Wolfsburg, Gladbach, Freiburg und Frankfurt. Bis Platz 9 haben wir jetzt mal ganz genommen. Und aus diesen fünf Teams geben wir jetzt mal eine Einschätzung, wer denn die größte Chance hätte, Europa zu spielen. Wenn wir jetzt mal 19 Spieltage weiter vorausdenken würden, wer käme in Frage, Platz 5, Platz 6 sich zu sichern aus diesen fünf genannten Mannschaften? Bei wem seht ihr die Chancen am höchsten? Und warum? Also ich meine, der langweiligste Tipp wäre natürlich zu sagen, Wolfsburg und Gladbach haben am Ende vielleicht die im Zweifel höchste Qualität und werden das irgendwie runterbringen. Aber ich glaube das ehrlich gesagt gar nicht. Ich würde es mir wünschen für Union Berlin, wenn sie es schaffen würden. Ich tue mich trotzdem, ich weiß, es sind immer diese Vorurteile oder so, ich tue mich trotzdem schwer damit, irgendwie Union Berlin so als ernstzunehmenden Contender zu sehen. Auch wenn jetzt die Hinrunde fast rum ist und so. Aber das ist ein bisschen dieses Phänomen der Kleinen. Aber dass es natürlich auch anders geht, hat ja zum Beispiel Leicester City in der Meistersaison gezeigt. Da dachte auch jeder, irgendwann brechen die ein und am Ende waren sie Meister. Insofern kann man die nicht abschreiben. Ich finde aber, man muss auf jeden Fall ein Augenmerk auf die zwei Teams dahinter haben. Auch Freiburg und Frankfurt, finde ich, sind beide aktuell in einer sehr, sehr starken Form. Freiburg hat jetzt fünf Bundesligaspieler am Stück gewonnen. Das hatten sie noch nie in der Vereinsgeschichte, haben da einen Rekord aufgestellt. Ich finde, das funktioniert inzwischen richtig gut nach den Anfangsschwierigkeiten, die sie hatten. Und auch bei der Eintracht habe ich ja eben schon, als wir über Schalke gesprochen haben, gesagt, ich finde die momentan in einer sehr guten Form. Mal gucken, was halt jetzt passiert, wenn, weiß ich nicht, sich mal ein André Silva verletzt oder so. Keine Ahnung. Da vorne, aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass es Wolfsburg und Gladbach machen. Ich denke, Gladbach wird am Ende schon die Qualität haben, nicht nur, weil sie jetzt die Bayern geschlagen haben, sondern auch, weil sie ja auch international überzeugt haben, halte ich sie für stark genug, dass sie auf jeden Fall die internationalen Plätze erreichen. Könnte mir aber vorstellen, dass Wolfsburg zum Beispiel da noch rausfällt und dafür Freiburg oder Frankfurt reinrücken. Okay. Ja, ich persönlich gehe ein bisschen mit einem Außenseiter-Tipp. Nick, das hat ja schon kurz ein bisschen die Underdog-Rolle von Union Berlin angesprochen. Und ich muss wirklich sagen, also als sie mit Kruse da vorne, die die ersten Spieltage gerockt haben, habe ich gesagt, geil, aber wenn der mal fehlt, brechen die komplett ein. Und jetzt guck dir die letzten Wochen an. Also ich finde, diese Mannschaft ist so gefestigt und egal gegen wen, die stehen defensiv so kompakt und haben immer noch eine Idee. Und dann, ja, war das Spiel jetzt gegen Wolfsburg. Wolfsburg ist jetzt auch keine, ja, Teken-Mannschaft, sage ich jetzt mal, wo du die wegfiedeln kannst, auch wenn du mit einem Mann mehr bist. Die haben natürlich dann auch deutlich mehr Druck gemacht. Aber ich fand trotzdem, die Unioner Mannschaft gefällt mir einfach spielerisch. Die machen auch so wenig, so viel. Und diese Abgezocktheit, die ich gegen Bremen gesehen habe, macht für mich einfach so eine Mannschaft aus, die locker mal um die ersten sieben, acht Plätze mitspielen kann. Und deswegen denke ich schon, dass Union, wenn die weiterhin so wirklich spielen sollten, dass sie auf jeden Fall da im Konzert der Großen mitspielen können. Aber ansonsten bin ich da auch komplett bei Niklas. Niklas wäre jetzt ein bisschen zu leicht, so jetzt Namen wie Gladbach und Wolfsburg zu bringen. Aber ich sehe halt auch vom Kader her definitiv die beiden da auch in der Pole. Aber, ja, leichte Außenseiterrollen bei Freiburg. Ich denke halt, dass Freiburg könnte, wenn sie mal wieder ein Loch fallen, weiß ich nicht, wie es dann ausschaut. Weil jetzt spielen sie sich gerade so ein bisschen in so einen Strudel, wo es halt läuft. Und wenn dann, keine Ahnung, irgendwie, ja, irgendwann ein paar Sollen wegbrechen oder sonst irgendwas intern ist. Aber eigentlich ist Freiburg immer ein ruhiges Pflaster. Naja, aber ich finde trotzdem, also man kann schon mit allen Teams irgendwie rechnen. Aber, ja, ich hoffe einfach, dass es Union macht. Und es wäre halt einfach geil, wenn unsere deutsche Hauptstadt auch mal international vertreten würde. Oh. Ich sehe die klar. Ja, Leute, wir sind nicht so gut befreundet mit der Hertha. Aber ihr habt, glaube ich, einen ganz guten Punkt erwähnt. Wir müssen natürlich hier wichtige Faktoren mit reinberechnen. Und eben diese Verletzungen, Ausfälle, was auch immer. Und welche Mannschaft kann es am besten kompensieren? Und da müssen wir halt auch schauen, wer ist dann am besten besetzt, auch in der Tiefe. Und da gehe ich natürlich mit Gladbach mit. Also Gladbach, selbst, wenn vorne ein Player ausfällt, hat man trotzdem Thuram. Hat man Embolo. Wenn ein Embolo ausfällt, also das da vorne stimmt. Stindl ist auch noch da. Wir haben natürlich hier Hofmann, dürfen wir nicht vergessen. Also da vorne passt das auf jeden Fall. Da hat man gar keine Schwierigkeiten. Im Mittelfeld sieht es auch gut aus, auch in der Defensive. Von daher sehe ich persönlich auch die letzten Spiele, die Gladbach gezeigt hat. Gladbach mit der größten Wahrscheinlichkeit Platz 5 zu angreifen. Wenn sogar nicht wieder die Champions League Plätze voranzunehmen. Weil ich sehe, dass Leverkusen schrauchelt. Jetzt Fosu Mensah soll zu Bayer Leverkusen kommen und die Rechtsverteidigung verstärken. Und man sieht hier, Leverkusen merkt, also Bosch merkt, dass eben in der Defensive nicht alles läuft. Und da sehe ich Gladbach momentan etwas stabiler. Das heißt, ich würde Gladbach auch zutrauen, Champions League Plätze wieder angreifen zu können. Und dann würde von den Top 4 jemanden wieder abrutschen auf Platz 5. Von daher Platz 5 vergebe ich mal Gladbach, vorsichtshalber. Aber dann, ja, Wunsch ist natürlich liebend gern Union. Ich glaube vom Aufstieg in diese erste gute Saison, die zweite Saison noch besser zu spielen und dann Europa zu erreichen, ist einfach ein Traum. Und dann wäre die nächste Saison hoffentlich wieder etwas, worauf man aufbauen kann und die nächste Entwicklung in der Vereinsgeschichte nehmen kann. Weil dann etabliert sich eben dieser Verein immer und immer und immer weiter. Weil dieser Verein weiß, dass man bodenständig bleibt. Wir sind zwar oben, aber fliegen noch nicht auf Wolke 7 und sagen nicht, wir sind hier die Besten oder was auch immer. Sondern man schaut, wie entwickeln wir uns wirklich in den wichtigen Punkten des Vereins, der Mannschaft. Wo muss man uns verstärken? Und ich glaube, ich traue den Verein auch wirklich zu, langfristig. Wenn man diese Bodenständigkeit behält und auch diesen Willen behält, immer weiter und immer weiter, die Mannschaft, den Verein Union zu verstärken und nicht irgendwann mal gierig Richtung Geld zu blicken, dass man auch wirklich weit kommt. Von daher, Wunsch wäre auf jeden Fall Union Berlin auf Platz 6. Realität ist, glaube ich, ein bisschen anders. Ich glaube trotzdem, weil ihr sagt, es ist langweilig, dass auch Wolfsburg eben diesen Kader hat, wieder Platz 6 anzugreifen. Ich persönlich glaube nicht, dass Frankfurt dazu eine Lage wäre. Weil, wie gesagt, wenn jemand ausfallen würde, das wäre immens Verlust für die Mannschaft. Wenn Silber weg ist, dann gibt es niemanden, der Silber ersetzt, anders die anderen Mannschaften. Bei Freiburg, ja, es ist eine momentane Phase. Wir haben auch andere Phasen gesehen. Die anderen Mannschaften hingegen haben uns ständig gute Phasen gezeigt. Von daher erwarte ich, dass Freiburg auch irgendwann mal wieder eventuell einknickt. Hoffentlich jetzt nicht so stark, aber trotzdem weiterhin so die Plätze zwischen 10 und 8 belegt. Ja, und dann bleiben eben halt Gladbach und Wolfsburg. Ich weiß, langweilig. Also, wie gesagt, Wunsch wäre auf jeden Fall Platz 6 Union Berlin. Aber mal schauen, ob das so zustande kommt. Und ja, ihr könnt euch natürlich in den Kommentaren auch uns eure Wünsche für Platz 6 oder realistische Wünsche für Platz 6 und Platz 5 sagen. Das wäre natürlich auch einmal interessant. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.